Pathfinder, wem Tarevs Aussage zu folge, ist der Kempathfinder hier in der Nähe von Rau begangen und dessen Untersuchungswissen genau gebieten hat. Ups. Hä? Ja, mei, den stüchel mal fest. Toll, den da oben. So. Okay. Reyes, ich bin jetzt am Tatort. Sehr gut. Ich habe einige Informationen über den Toten. Er war ein männlicher Kroganer, namens Seer. Man hat ihm den Bauchpanzer herausgebrochen, bevor er erschossen wurde. Hm. Armer Kerl. Schön, so sehr der Fadismus noch immer nicht auf der Mude ist. Führen Sie Ihr Scan-Ding durch. Suchen Sie nach allem, was uns einen Hinweis auf den Mörder liefern könnte. Okay. Was haben wir denn da? Diese Fußabdrücke sind eindeutig angaranisch. Ich zähle mindestens drei Angreifer. Die Spuren deuten auf einen Hinterhalt hin. Das passt ins Profil der Roca. Das ist doch schon mal ein Anfang. Hier haben wir Grünkohl. Wie Grünkohl? Ist noch was anderes. Mit 95% genetischem Material registriert, 100% Kroganer. Die Spuren von genetischem Material an der Trink... Trink... Alter, ist das unfassbar. Es muss hier zu sein. An der Trinköffnung. Er war Kurierungsmitteilung. Aufgrund der jüngsten Berichte über giftige Wasserversorgung in Badlands wurden unsere Pläne für eine großflächige Besiedlung verworfen. Das Gebiet wird stattdessen abgeriegelnd in eine Strafkolonie umgewandelt. Sollten Sie dennoch entscheiden, dort zu bleiben, werden Sie als ständiger Bewohner dieses Territoriums betrachtet. Eine Rückkehr nach Kaderra Port ist in diesem Fall ausgeschlossen. Sloane Kelly. Die kennen wir ja schon, die Alte. Ist keine nette Zeitgenossin, ne? Wird gemacht! Alter. So. Ein kranisches Blut. Das passt zu Ihrer Roka-Theorie, Reyes. DNA liefert keine Hinweise auf politische Zugehörigkeiten. Scannen Sie weiter. Wir brauchen eindeutige Beweise. Komplexer Organismus, 100% Kroganisch, kein Lebenszeichen, Todesursache, Kopfschuss nach gewaltsamer Entfernung des Bauchpanzers durch den Angreifer. Alter. Oh, zum Glück liegt er auf dem Bauch, dass man es nicht sehen muss. Oh, hier war ein Behälter aus Polycarbonat. Der Inhalt dieser Kiste wurde nicht angetastet. Der Täter hat sie entweder übersehen oder war im persönlichen Besitz des Opfers nicht interessiert. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Das erste nicht. Da ist aber auch nichts drin. Oh, ein Datenpad. Mal gucken. Neuer Eintrag. Es sind noch mehr Minen verschwunden. Verdammte Diebel. Ich lege sie gar nicht mehr aus. War sowieso nur eine blöde Vorsichtsmaßnahme. Wenn jemand den Mumm hat, sich direkt mit mir anzulegen, ich freue mich auf die Herausforderung. Ende des Logs. Okay, irgendwas habe ich hier aber noch vergessen zu scannen scheinbar. Weil Weil das noch aufleuchtet. Irgendetwas ist hier noch. Hier sind die Fußspuren halt noch, ne? Da. Das Opfer hat sich von einheimischen Tieren auf Kadera ernährt. Okay. Aha. Messerblock benutzt genetisches Material registriert. Spuren von genetischem Material wurden einschließlich an den Griffen der Messer gefunden. Die Übertragung erfolgte höchstwahrscheinlich beim Knochen. Äh, beim Kochen. Alter. Die Klingen sind zu dünn, um im akuten Pfad als Mordwaffe in Frage zu kommen. Okay. Da liegt noch was. Äh. Ach, das ist nur... Ach, das ist deshalb... Okay. Ich dachte, das hätte einen Grund, warum das rot ist. Hä? Bin ich so blöd? Ich gucke doch nochmal hier vorne vielleicht. Äh. Die angaranischen Fußabdrücke führen in diese Richtung. Folgen Sie Ihnen doch einfach. Herr Wiener. Geh mir auf den Sack, Junge. Okay, okay, okay. Aha. Ein Messer. Der Mörder muss es auf der Flucht fallen gelassen haben. Auf der Klinge ist irgendetwas eingraviert. Ein zuhause voller Fremder wird zu einem Gefängnis. Wir wissen nicht, ob der Täter ein Angarer war. Ein Exzellent könnte das Messer gestohlen haben. Okay. Hier sollen wir uns mit Rays treffen wahrscheinlich, ne? Irgendwo hat er jetzt hier gerade gestanden. Fünf Leichen scannen. Wo ist denn? Wo sollen wir treffen? Ah, hier unten sollen wir uns treffen. Beim Roca-Versteck. Okay, das machen wir gleich dann. Wir düsen jetzt dann erstmal weiter und... ...suchen die restlichen Leichen noch, die wir da scannen sollten. Der hat ja noch mehr Aufgaben. Oh, guck mal. Lithium. Aber erstmal gehen wir da oben noch in die Bude rein. Mich würde nämlich mal interessieren, was uns Dorsalben erwartet. Schöne gute Dach. Hä? Hier lebt ja noch jemand. Da drüben wurde jemand umgebracht und ihr lebt hier, als wäre nichts gewesen? Hä? Besucherprotokoll, Hausordnung. Ähm, Menschen zusammen auf Meteorologiestand. Wow. So, Mallox, wer bist du? Willkommen in Karubtes Point. Mein Name ist Mallox. Suchen Sie einen Unterschlupf? Wir haben ein paar freie Betten. Essen und sauberes Wasser kosten extra. Ich sehe mich nur um. Nur zu. Aber machen Sie keinen Ärger. Einer Ihrer Nachbarn wurde ermordet. Sier ist tot? Ziemlich. Wissen Sie etwas, das mir hilft, seinen Mörder zu finden? Nein. Sier hatte die Angewohnheit, jeden zu erschießen, der seinem Rasen zu nahe kam. Trotzdem war der mürrische Mistkerl durchaus nützlich. Die meisten überlegen es sich zweimal, ob sie dich überfallen, wenn ein Kroganer nebenan wohnt. Läuft Ihr Geschäft hier draußen gut? Unser Etablissement mag nicht nach viel aussehen. Aber nach ein paar Nächten in den Badlands sind wir praktisch das Hotel Azur. Saubere Betten, warmes Essen und der einzige Ort weit und breit, wo es ordentlich gefiltertes Wasser gibt. Das sind auf Cadera bedeutsame Annehmlichkeiten. Wie sind Sie auf Cadera gelandet? Ich bin mit Sloane von der Nexus gekommen, konnte aber ihre Schutzgebühr nicht bezahlen. Also musste ich Cadera Port verlassen. Sie hat sie rausgeworfen? So lauten die Regeln. Wer die Gebühr nicht bezahlt, darf nicht auf dem Berg wohnen. Die ersten Monate waren hart. Kein Wasser, keine Waffen zum Jagen. Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Ja, dabei hatte ich noch Glück. Ich habe andere Exzellenten gefunden. Und die Theorie, gemeinsam sind wir stark getestet. Und so entstand Karöp des Point. Ja, diese Sloane ist schon eine Bitch, muss ich immer sagen, ne? Ist schon eine blöde Kuh, auf jeden Fall. Vielleicht dürfen wir ja irgendwann noch das Handwerk legen, mal gucken. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn das so wäre. So. Okay. Ciao. Woo! Wow. Oh, Vorsicht. Dieses Gebiet würde sich für einen Außenposten der Initiative eignen, Pathfinder. Da er langfristig erfolgreich sein kann, müssen sie allerdings das Problem der Wassertoxizität auf Cadera lösen. Die Frau, die hier das Sagen hat, hebt einen Groll gegen die Initiative. Ich bezweifle, dass sie es Ihnen erlauben wird. Ah, hier. Wir erscheinen, unter die Erde zu gehen. Ich hoffe, es gibt einen Weg darunter. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Bohrer. Hier ist doch, hier ist doch ein guter Punkt, ne? Das war ja doch der, was ich versuchen sollte, oder? Wollen wir nochmal scannen, ne? Okay. Ähm, da vorne ist doch so ein Ding. Hier, ne? So ein, so ein... Warte. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters, die Spitz-Zugge. Hier haben Sie zum Selbstkern auf dem Imperium zurück, um mehr zu erfahren. Warte mal, war das hier? Warte mal. Ja, das war hier, ne? Scheiße. Nochmal kurz umdrehen. Okay, jetzt haben wir auch die Mission mit den Monolithen bekommen, alles klar. Müssen wir uns dabei Gelegenheit auch noch drum kümmern. Die Monoliths... ...hatte ich ja gar kein Problem. Weil das Wasser hier doch eigentlich ganz gut aussieht, ne? Naja. Das täuscht wahrscheinlich nur. Meine Mütter. Was? Mütter. Hä? Ziemlich viele Mütter. Ah, da unten. Da unten. Diese Leiche wurde hier entsorgt, wie Scenaris gesagt hat. Ich habe Positionen und relevante DNA-Informationen für künftige Untersuchungen gespeichert. Na gut. Weißt du, das mies ist einfach dieses Schmockwasser da rein, ne? Heftig, ja. Okay. So, dann machen wir als nächstes. Ein bisschen was haben wir ja noch zu tun, ne? Was ist das hier oben? Cat-Transponder. Oder fahren wir erst mal hier hin? Was ist das? Machen wir erst mal das mit der Leiche links rum. Wups. Hui. Äh, ist das... Warte mal. Fahren wir in die richtige Richtung? Nee. Hier müssen wir hin. Also hier hoch nicht, ne? Nee. Was hat der dann da hinten irgendwo? Ach, hier lang. Okay. Ah, hier hoch müssen wir. Okay, okay, okay. Alles klar. Achtung, diese Exzellenten werden uns nicht freundlich gesinnt sein. Äh, wir haben keine Muni mehr, das ist das Problem. Das ist einfach ein richtig fettes Problem. Hi. Hopp. Mit deinem Schwanz. Zack. Bam. Einmal mitnehmen. Oh, die Knarre ist echt imbar, ne? Voll heftig. Wie gesagt, was ich ein bisschen heftig finde, ist, dass wir hier echt null Muni finden. Ach, da drüben. Bam. Und der was dabei gehabt? Nö. Ich muss schon wieder niesen, das gibt's aber überhaupt gar nicht. Warte mal. Oh, das ist auch unfassbar. Das sind die Klimaanlagen im Auto, ne? Oh. G'funden. Ich hab's g'funden. Ja. G'funden sein könnte. Ich füge Ihnen Ihrer Karte hinzu. Ja. Danke. Du bist der Beste. Du bist einfach der Beste. So. Okay. Ähm. Geradeaus. Den umfahren wir. Moin. Ja, ja. Leck mich. Ich würd dich gerne besiegen, aber ich hab keine Muni mehr. Also fast nicht. Lexi hat mir was zum Lesen über die Kultur der Asshare gegeben. Ja, dann mach mal. Und? Was? Oh, und, äh, nichts. Sie sind ein interessantes Volk. Noch ein Wort, Gott, Fahne. Ich habe die mit dem Wandel und Informationen auch nun erfasst. Nehmen, um ihr eigenes zu verbessern. So, wie die Kett. Oh, die da am Labern sind, ey, ne? Was zum Navpunktreisen, was ist das denn? Verlockender Deal. Mineralien scannen. Was haben wir hier noch? Erinnerungsauslöser. Ich weiß nicht, wollen wir erstmal hier runterfahren? Ich meine, da sind wir eh schon auf dem Weg, ne? Komm. Dödel mal da mal schnell hin. Vielleicht gibt's da ja Muni. Mal gucken. Huh. Schauen wir einfach mal. Boah, die Belichtung und die Schatteneffekte und sowas. Das sieht so geil aus, ne? Boah, es ist wunderschön. Es ist so wunderschön. Vorsicht, da links. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Da unten müssen wir hin. Ach, du Scheiße. Okay, nutzen wir mal hier ein bisschen den Felsen. Machen wir mal ein bisschen die Battlegrounds-Taktiken zum Tragen. Das kriegt gar nichts mit. Hey. Ja? Ciao. Ich sehe dich. Wo? Ach, da. Was war das denn? Hey, was war das? Ah. Moin. Hey. Okay, einer noch. Da. Hey. Hey. Alter. Was soll das denn? Warum killt ihr den denn nicht? Was ist mit euch denn los? Ihr müsst euren Pathfinder doch schützen. Ich habe in diesem Gebiet ein Datenpad entdeckt. Ja, das ist schön. Ich brauche kein Datenpad. Ich brauche Muni, Jungs. Muni. Das ist irgendwie ein bisschen... Oh, wir haben eine Vierer-Initiative-Ausrüstung gefunden. Aber wir finden null Munition in diesen Badlands hier, ne? Das ist unfassbar. Die Verbanden und das Kollektiv. Wir haben einen von ihren Verbanden ertappt. Wie er in unserem Lager herumgeschnüffelt hat. Wollen Sie ihn zurück? Dann muss sich das für uns lohnen. Bringen Sie eine großzügige Spende zum angehängten NAV-Punkt. Dann klären wir die Sache. Und beeilen Sie sich. Wenn wir warten müssen, fängt unser Finger am Abzug immer an zu zucken. Ihre Freunde vom Kollektiv. Sieht aus, als wollte das Kollektiv die Verbanden erpressen. Ich frage mich, ob es funktioniert hat. Der beigefügte NAV-Punkt wurde entfernt, Pathfinder. Ich kann den Übergabeort nicht ermitteln. Na okay, schade. Oh, hier haben wir noch eine Rebellenpanzerung. Auch für die Arme und eine Waffenmutsch. Schweres Magazin für die Pistole. Aber ich bleib nach wie vor dabei. Immer noch keine Muni. Und auch keine Lebensenergie und sowas, ne? Das gibt es doch gar nicht. Was ist hier los? Okay, den da oben, den lassen wir mal, wo er ist. Na ja, gut, komm. Dödeln wir mal weiter. Was war das denn, wo wir gerade drauf geschossen haben vorhin? War das das hier? Okay. Sollten wir uns vielleicht bemerken. Das kann man zu seinem Vorteil nutzen. Ähm, sind wir? Ja, sind wir. Okay. Äh, speichern. Wir können mal speichern hier. Komm. Einmal speichern. Batz. Sehr gut. Ich hoffe, wir können hier langfahren ohne... Ja. Oh mein Gott. Hi. Geh weg. Mann, verpisst euch. Kann das nicht sein. Ich habe keine Muni mehr. Ich kann nicht gegen euch kämpfen, Mann. Oh, warte mal. Da ist etwas Elite. Iridium ist hier. Ah ja, cool. Na dat, nehmen wir doch mal mit. Jetzt gucken wir erstmal da unten. Boah, das sind zwei Stück von denen. Okay, wir lassen den Nomad mal hier oben stehen. Nur eine Vermutung, aber ich glaube, wir wurden in eine Falle gelockt. Ja. Was denn? Ah, prima. Boah, die alte Bumsnudel. Warte mal, hier sind ja jede Menge Sachen drin. Alter. Ja. Eine riesige Falle ist das ja gar nicht, weil... Wir sterben mit Ehre. Und ihrem Kram. So. Da ist auch noch was zu einer Lederumüllung. Okay, hier draußen geht die Post aber, habe ich gehört. Ach du Scheiße, ja. Mein Headset ist leer. Ich habe gerade gehört. Hey. Ach du Scheiße. 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 Vorsicht vor dem Berserker, ne? Ja. Vorsicht vor dem Berserker. Bam. Haben wir. Okay, okay, okay. Äh. Nicht zu mir kommen. Ach man. Ah, ich hasse das. Da ist noch Iridium, ob der gesehen? Warte mal. Hä, nimm das mit. Warte mal. Wo ist das Vieh? Ah. Da. Warte mal. Nehmen wir den hier. Hehehe. Warte mal. Zack. Für die Dicken hier nehmen wir das da. Wo noch? Ah ja. Ein Anarchist. Nein, der kriegt aber einfach die DAT. Oh, bist du tot? Ich glaube, das war's. Okay, da vorne ist alles easy. Die haben nichts verloren. Der Berserker, den wir hier gekillt haben, auch nicht? Ah, das darf doch nicht wahr sein, oder? Dann machen wir die auch noch platter vorne. Liedro mit Eichel, Wichsgrübel. So, wo ist der scheiß Sniper? So, irgendwo ist doch der hässliche Sniper noch. Aber wir haben nämlich noch keine Punkte gekriegt. Noch keine XP. Jetzt wird auch kein Sniper mehr. LOL. Jetzt speichert es auch. Haben wir die XP schon gekriegt? Okay. Ah, ich kann die mitbekommen. Ich dachte... Ich dachte, das wäre es gewesen, oder? Na ja. Warte mal. Ich nehme jetzt mal den Nomad mit. Müssen wir nicht so weit laufen. Jetzt gehen wir nochmal nach unten, laden uns nochmal kurz auf. Einmal hier. Flops. Haben wir die Muni nochmal aufgeladen. Ernsthaft? Okay, wir kriegen noch mehr Besuch. Voll. Hier, frisst den, Alter. So, wo war hier noch einer? Linkst du irgendwo? Warte mal. Wo ist die Sau? Da vorne. Na komm. Bist doch so ein cooler Maga. Zack. Oh. PB. Wo denn? Ah ja, hier. Jetzt aber. Puh. Boah, da war aber ordentlich was los, ey. Okay. Bisschen was haben sie dabei gehabt. Hier haben wir zum Beispiel eine Waffen-Mod. Ein Magazin. Was haben wir hier noch? Hat die hier irgendwas dabei gehabt? Die hat nichts dabei gehabt. Die blöde Kuh. Okay. Da auch nicht. Was haben wir schon mitgenommen? Da haben wir noch ein bisschen Waffenlager. Da können wir mal durchsuchen. Gucken, was wir da noch haben. Es ist voll. Ich hatte wegen des Hinterhalts eigentlich damit gerechnet, dass das Ganze ein Betrug war. Wir sollten die Thorianerin damit konfrontieren. Eine Erklärung verlangen. Ja. Das sollten wir vielleicht wirklich mal tun. Bishun Asi war das ja schon, ne? Warte mal, wo müssen wir denn? Haben wir da oben noch? Ach, Mineralien scannen. Ja, das ist nicht so wichtig. Können wir nicht einmal hier so rumfahren eigentlich und dann da so? Ne, das geht... Doch, das muss gehen. Warte mal. Ich mach mal hier einen Marker hin gerade. Das wäre dann... Da in diese Richtung. Doch, das müsste gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Warte mal. Ah, das Mist für Renoso Day, ja. Bin ich dann scheißernst? Okay. Okay. When I heard that sound When the walls came down I was thinking about you About you When my skin grows old When my breath runs cold I'll be thinking about you About you Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020